Jede Zeit hat ihre Farbe und diese Zeit ist grün. Da geht es um die Wurst. Es geht um die Wurst. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir gehen das gemeinsam an. Nicht nur Robert Habeck und ich, nicht nur wir als Bündnis 90 die Grünen insgesamt. Es braucht uns Grüne notwendiger denn je. Weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind. Deshalb ran an den Speck, ran an die Macht. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß. Wir werden uns weiter für sie einsetzen. Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Forscherinnen und Landwirte. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Liebe Nichtmänner. Wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen elf und zwölf, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Das Land, das Land hält zusammen. Es ist jetzt Zeit für eine Politik, die wirklich entschieden vorangeht. Wirklich, wirklich, wirklich. Robert, als ob es gestern wäre. Oder klimagerechter Wohlstand für alle zu schaffen. Schaffen. Hier wird nichts verboten. Hier wird gesteuert und gelenkt. Das bedeutet, nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen. Das bedeutet, ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt. Sie scheinen sich gerade wieder verabredet zu haben. Die Breitbeinigen, die Pflegelhaften, die Testosterongesteuerten. Ja, verdammt nochmal, wenn das so ausschaut, dass die anderen auch Öko machen, dann wird mir Angst und Bange. Es gehören in meinen Augen dazu auch sowas wie schwere Scharfschützengewehre. Also das G82, das hat 12,7 Millimeter Projektil. Und damit können sie die gepanzerten Fahrzeuge der russischen Nationalgarde brechen. Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem... Panzerfäuste, Flugabwehrraketen Stinger, Fliegerfäuste Streler, im zweistelligen Millionenbereich Munition, Bunkerfäuste, Maschinengewehre, Panzerabwehrrichtlinien, sechstelliger Bereich, Handgranaten, Sprengladung, Panzerminen und vor allen Dingen... Artillerie, Munition... Die kann man nicht emotional sein. E-Mu-Nu-S-T-A-L... In der Stadt, es geht in den nächsten vier Jahren auch um Stil. Es geht darum, wie wir regieren. Daher ist dieses Programm nicht nur ein inhaltlicher, sondern vor allen Dingen auch ein führender Gestaltungsanspruch. Weil wir konnten es nicht voraussehen. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown rauszukommen, reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Bei 240.000 Lehrkräften an Grundschulen, dann wird das bis zu den Sommerferien wahrscheinlich 200 Millionen Euro kosten. Eben diese Schulen mit regelmäßigem Test auszustatten. Regelmäßigem, und zwar nicht nur bei dieser Pandemie. Nicht nur mit Blick auf Corona. Nicht nur, nicht nur... Großeltern, die in Sorge, Ostern nicht erleben zu können, jetzt endlich frisch geimpft ihre Enkelkinder wiedersehen können. Und manche von ihnen morgens ihr Enkelkind für die Schule testen. Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. La, 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 meine Güte! Man kann so zusammenfassend sagen, uns grünen ist der Fisch wichtiger als der Joint. Au! Au! Ich werde so nicht mehr Gitarre spielen. Au! Au! Ich kann nicht aufstehen gerade. Lassen Sie mich. Ich kann nicht aufstehen. Komm, wir stehen auf. Au! Lassen Sie mich. Stehen auf. Sie können aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. So? Komm. Stehen auf. Komm, gehen auf die Kiel. Ganz einfach. An jedes Baby. Kommen Sie hoch. Ich werde nicht aufstehen, wenn wir weiter im fossilen Wahnsinn jetzt weiter nach Öl bohren. Au! Wir werden weiter. Au! Au! Warum?